Musik Moritz hält mich im Rucksack. Nun möchte ich mich daraus befreien. Dafür muss ich mit beiden Händen von innen seine Füße fassen, führe die Beine nach außen, lege mich mit meinem Rücken auf seinen Bauch und mein Po geht hoch in die Luft. Nun kommen beide Beine in die Luft und ich lege mich auf die Seite, um ihn danach schnell wieder festzuhalten im Pfannkuchen oder in der Zeitkontrolle.